dp audiobooks präsentiert winterzauber in der pension küstentraum geschrieben von rebecca lenas gelesen von henning hartmann und katja hänsel wir wünschen viel freude beim hören panisch blickte ich auf meine armbanduhr noch zehn minuten der schweiß ran mir den rücken hinunter diese präsentation durfte ich auf keinen fall versauen endlich fand ich das wonach ich seit einer gefühlten ewigkeit gesucht hatte eine parklücke hektisch setzte ich seitwärts hinein und versuchte dabei an keines der fahrräder zu stoßen die nahe am straßenrand an einem fahrradständer angeschlossen waren geschafft schnell schnappte ich mir meine laptop tasche sowie die präsentations mappe und hastete richtung eisendorfer straße wo sich der firmensitz der bäckerei lohmeier befand wenn ich jetzt einen sprint hin legte würde ich es gerade so schaffen vielleicht hätte ich doch lieber ballerinas statt dieser pöms anziehen sollen innerlich schalte ich mich dafür nicht die s-bahn genommen zu haben andererseits würde ich es dann kaum pünktlich zu meinem anschlusstermin schaffen da ich dafür fast ans andere ende der stadt musste von weitem konnte ich das große lila farbende logo ein großes b sowie ein großes l schon erkennen das an der vorderen seite des über 100 jahre alten backsteingemäuers prangte als mir plötzlich schwarz vor augen wurde ich nahm noch den stechenden schmerz an meinem knie war als ich auf dem harten stein des fußgängerweges aufschlug dann verschlang mich die dunkelheit als ich wieder zu mir kam befand ich mich nicht länger auf der straße ein seltsames geräusch brachte mich wieder ins hier und jetzt es klang wie eine sirene blitzschnell riss ich die augen auf und blickte direkt in das gesicht eines jungen rettungssanitäters der mich kritisch beäugte ich lag auf einer trage im krankenwagen puls 145 zu 96 sagte eine frauenstimme erst jetzt bemerkte ich seine kollegin die gerade meinen linken arm von einem blutdruckmessgerät befreite können sie mich hören fragte daraufhin der junge mann ja natürlich es sollte energisch klingen aber leider brachte meine stimme nicht mehr als ein krächzen zustande wie viele finger sehen sie erhielt mir drei finger seiner rechten hand entgegen an der spitze seines zeigefingers prangte ein limongrünes pflaster drei herrgott was sollte das ich hatte ja kein hirnschaden ich war nur kurz ohnmächtig geworden weil mich die präsentation so gestresst hatte oh gott die präsentation in lichtgeschwindigkeit setzte ich mich auf was zur folge hatte dass sofort sterne vor meinen augen funkelten aber darauf konnte ich keine rücksicht nehmen wie spät ist es bringen sie mich sofort in die eisendorfer straße zurück ich habe einen wichtigen termin die panik in meiner stimme manche menschen würden es als wahnsinn bezeichnen schien dem jungen mann und seiner kollegin nicht aufzufallen frau sommerfeld wir bringen sie jetzt ins krankenhaus sie waren immerhin zehn minuten ohne bewusstsein er sprach mit einer ruhigen einlullenden stimme als ob ich ein begriffsstutziges kleinkind wäre zehn minuten da bin ich ja schon viel zu spät ich habe doch den laptop und die unterlagen bei mir um die brisanz dieser information noch zu verstärken ertönte in diesem moment die titelmusik von halloween aus meiner handtasche meine chefin nora rief an die tasche lag am unteren ende meiner trage auf dem boden bitte geben sie mir sofort mein handy ich versuchte so viel bestimmtheit in meine stimme zu legen wie mir unter diesen umständen möglich war und musste feststellen dass ich mit dem gepiepe nicht einmal meinen fünfjährigen neffen leon beeindruckt hätte frau sommerfeld sie sind jetzt nicht in der verfassung um zu telefonieren mit sanfter gewalt drückte er mich an den schultern wieder nach unten mein telefon war inzwischen verstummt doch das bin ich warum gaben die mir nicht endlich das verdammte handy ohne mich konnten sie nicht anfangen was würde bloß frau lohmeier von mir denken der puls steigt wieder sagte die sanitäterin mit besorgter stimme das hätte ich ihr auch sagen können mein leben war in ernster gefahr nora würde mich umbringen dabei hatte ich mir für diesen auftrag den hintern aufgerissen und die letzten nächte um die ohren gehauen plötzlich ging ein zittern durch meinen körper ich atmete nur stoßweise sie hyperventiliert schnell schlossen die beiden mich mit vereinten kräften an einen tropf an konnte dieser tag noch schlimmer werden kapitel 2 ohle wir befinden uns im landeanflug auf hamburg bitte legen sie ihre sicherheitsgurte an die stimme der stewardess drang durch die lautsprecher ich tat wie mir geheißen und starte dabei aus dem fenster wir durchbrachen in diesem moment die wolkendecke ich konnte den michel schon erkennen als wir in london abgehoben hatten hatte es in strömen geregnet für hamburg war sonnenschein angekündigt mir war es gleich meine gedanken kreisten nur um kate unsere trennung lag nun eine woche zurück hatte ich das richtige getan wir waren über zwei jahre zusammen gewesen sie war ein wunderbarer mensch nie zuvor war ich jemandem begegnet der selbstloser herzlicher und engagierter war als sie ich empfand nach wie vor eine menge bewunderung für sie nur leider keine liebe mehr das war mir so richtig bewusst geworden als ich mit meiner projektgruppe auf einer dreiwöchigen exkursion gewesen war kate und ich hatten zwar regelmäßigen kontakt gehabt aber ein gefühl der sehnsucht hatte sich nicht eingestellt zumindest nicht bei mir also hatte ich die konsequenzen gezogen das war mir in dem moment nur fair vorgekommen sie verdiente jemanden der sie auf händen trug trotzdem bekam ich das bild nicht mehr aus dem kopf wie sie weinend am tisch gesessen und mich aus ihren großen braunen augen verzweifelt angesehen hatte ich atmete tief ein jetzt standen mir erst einmal zwei monate appenkohl bevor eine aussicht die nicht unbedingt für heiterkeit sorgte für meine familie war ich genauso eine enttäuschung wie für kate trotz des studiums der meeresbiologie hatten meine eltern immer gehofft dass ich eines tages den familienbetrieb übernehmen würde zum verdruss meines vaters hatte ich andere pläne für die zukunft wie ich ihm während unseres letzten skype termins mitgeteilt hatte obgleich die qualität der verbindung und des bildes nicht berauschend gewesen waren hatte ich förmlich sehen können wie der letzte funke hoffnung in den augen meines vaters erlosch und sich stattdessen grenzenlose enttäuschung darin spiegelte als ich ihnen dann eröffnet hatte dass ich mich inzwischen vegetarisch ernährte und das als spross einer metzgerfamilie war es endgültig um seine erfassung geschehen britta was haben wir nur falsch gemacht mama war zum glück der meinung gewesen dass ich meinen eigenen weg gehen müsse selbst opa hinnerg hatte die entscheidung gelassener hingenommen als ich erwartet hatte das lag sicher an seiner neuen liebe seit kurzem war er mit magda kurtens zusammen ich erinnerte mich noch gut an sie früher hatte ich hin und wieder mit ihren enkeltöchtern gespielt die ein paar jahre älter waren als ich vor allem mit sarah der jüngeren der beiden habe ich damals viel blödsinn ausgeheckt bis sie irgendwann nichts mehr von mir wissen wollte doch bevor ich mich dem nächsten drama in meinem leben zuwandte würde ich erst einmal zwei tage bei meinem kumpel mats in hamburg verschnaufen manchmal wünschte ich mir dass meine vorstellungen von der zukunft mehr den erwartungen meiner familie entsprechen würden das leben wäre so viel weniger kompliziert doch ich konnte meine träume und überzeugung nicht aufgeben selbst meinem vater zuliebe nicht wenn das bedeutete die rolle des schwarzen schafes der familie sievers zu sein dann musste ich eben lernen damit zu leben was mir als harmoniebedürftige menschen verdammt schwer fiel kapitel 3 sara frau sommerfeld sie leiden am burn out das ist auch die ursache für ihre panikattacken der nette etwas ältere arzt laut des kleinen schildes an seinem arztkittel dr oberstdorfer sah mich durch seine brillengläser hindurch mit ernsten augen an mittlerweile saß ich auf einer liege in einem behandlungszimmer des klinikums eppendorf blödsinn ich habe kein burnout das einzige was mich stresst ist die tatsache dass sie mir mein telefon weggenommen haben und das war noch höflich ausgedrückt in wahrheit hatte er es mir förmlich aus den händen gerissen nur weil ich nora angerufen hatte um ihr von dem unfall zu berichten während die sanitäter mich vom krankenwagen in die notaufnahme transportiert hatten und das obwohl ich ihnen versichert hatte dass ich selbst laufen könne zum glück hatte frau loma ja verständnis gehabt nora war wieder in die agentur gefahren hatte sich die präsentation auf einen stick gezogen und die design entwürfe nochmals ausgedruckt trotz der dadurch entstandenen verspätung war es wohl ganz gut gelaufen damit hatte ich eine sorge weniger was sich sofort positiv auf meinen blutdruck ausgewirkt hatte immerhin trotzdem empfand ich diese ganze misere als üble attacke des schicksals dass ich ausgerechnet heute schlapp machen musste es war mir so wichtig gewesen die kunden von meinem können zu überzeugen und nora